ARD Text im Auftrag von Funk Guck mal hier ein paar Setups Baumeister suchen, erstmal Level suchen, oder? Ich hab das hier noch nie gemacht, diese Level-Online-Geschichte Ich hoffe, ähm, nicht allzu schwer, weißt du? Gibt das hier irgendwie nach Rang oder sowas? Sternrangliste Was heißt Sternrangliste? Ist das der Schwierigkeitsgrad oder die Bewertung selbst an sich? Oh, das sieht aber lang aus, ne? Hm, machen wir die Wenn du ein Wild spielst, dann können andere Leute sehen Das ist ja gar kein Problem Ich bin richtig gespannt, Freunde Was war das denn? Alter, was ist denn hier los? Hä? Was? So, warte Ja, was brauch ich denn jetzt? Digga Ah, ich muss warten, bis dieses P da runterkommt, glaub ich Warte Da kommt dieses P Warte Aua Digga, das ist doch ätzend, Alter Verfolgen die Scheißdinger mich, oder was? Ey, ist das eine? Das ist doch Oh Vielleicht gibt's einen Trick Doch nicht Hm Ja, flieg doch rein, ey Wie dumm bist du denn, ey Ja, ist klar, Digga Mann So, du Scheiß-P Komm doch endlich, Digga Guck doch dich heute an Wahrscheinlich ist das hier einer der schwierigsten Mistkacke, die ich hier ausgesucht hab Weißt du, du spielst hier zum ersten Mal Ah, Scheiße Nein Oh, dieses Scheiß-Teil, ne Ich Ne, Freunde, ich will was Das geht mir jetzt erstmal nicht auf den Sack So Profi bin ich noch nicht Level beenden Ich will was Einfaches, Solides, Digga Das kann doch nicht sein Ne, komm, ich probier's Das kann, ne Das kann ich sagen Das ist ja auch Hm 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 kommt diese scheiße braun braucht die so lange der alter schwitzt schon richtig da war schon fast es war fast da 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 Das war's für heute. Ich schwöre, Jungs, ihr wisst gar nicht, wie aggressiv ich bin. Was jetzt? Achso. Haha, ich hab's geschafft, du Hurensohn, ich hab's geschafft. Ja. Digga, was ist das für eine Scheiße, Alter. Was ist das für eine Scheiße, ich kann nicht mehr. Neustart, nie wieder Neustart. Was Neustart, ey. Deine Zeit. Weltrekord, warte mal. Weltrekord ist 21, so und so. Äh, Entschuldigung, das ist meine. Weltrekord ist 18. Die Frage ist, könnte man den Weltrekord knacken? So, beim nächsten Mal. Nuchen wir jetzt mal eine andere Web jetzt hier. Pau. Ich will mal probieren das mal. Oh ne, das sieht schon wieder so komisch aus, ey. Piep, piep. Mhm. Oh ne, da, 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 da. was mache ich jetzt so kurz diese sprung sache gibt sich so eine anfänger maps da alter was ist das hier vor der drehs noch am rad wo soll ich denn dahin alter wer das hier schafft ich habe keine lust mehr jetzt habe ich keine lust mehr das beende ich das ist mehr ich will ein locker anfangen ich werde hier in die scheiße geschmissen und vergewaltigt hier macht das mal und vielleicht könnt ihr mir ja in die kommentare schreiben wo man die einfachen sachen gibt wie die rangordnung überall ist und blablabla und der penner beschmeißt ja was für ein sohn da 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 mit der Sien Ja, gut. Ja, ist klar, du Sohn, Digga. Und nun? Ah, da ist die Wolke, da muss ich rein. Och man. Warte. Hey, guck dir diese Kacke an, so ein Piranha-Müll da, weißt du? Die ist richtig eklig, die Kackpflanze, ey. Kriegen doch schon kleine Kinderangst, ey. Ey, er schiebt mich einfach. Warum kann ich denn da nicht rein? Ach, da ist gar nichts. Bringt ja überhaupt nichts. Was ist das denn jetzt? Hä? Zur Verarschung? Lull. Ja, komm, ey. Deine Mutter, Digga. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn da oben rauf? Ah, wahrscheinlich. Hm, doch nicht. Kann ich mal einen Kasten da freischießen oder so? Gar nichts. Nichts? Nichts? Das ist doch unlogisch. Was ist denn jetzt hier Sache? Kann ich ja an die Wand oder was ist los, Alter? Oh, Fick. Ja, alles klar. Fahrstuhl mit der Pflanze oder was ist hier los? Boah, Leute, ey. Was ist... Einen Versuch noch. Einen kommt. Hm. Was für eine Drecksscheiße hier. So, meine Freundin, ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Alter, das sorgt hier nur für Aggression. Mario, ey. Ich war schon früher als Kind so, ne? Beim Zocken. Irgendwann flog immer was, ne? Das ist bei mir vollkommen normal. Nicht irgendwie hier, uh, was bei dir denn los? Das ist normal. Bei mir. Aber das... Scheiße, okay, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Beziehungsweise, wenn ihr mehr Super Mario Maker Folgen haben wollt, gebt einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare. Hashtag Maker für noch mehr Folgen. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao. Piu.